Kriminelle Elemente nutzen die Situation aus, um die Bürger zu terrorisieren. Den Bürgern bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst zu schützen. Was haben wir, um uns zu verteidigen? Die Angreifer haben jede Art von Waffen. Die wehrlosen Bürger haben nur ihren Mut und ihren Willen zu überleben. Untertitelung des ZDF, 2020 New York 1991, Nacht ohne Gesetz. Seien Sie wachsam, Ihre Stadt kann die nächste sein. Untertitelung des ZDF, 2020